Darf ich dir einen Blitzstein geben? Was zum Arsch ist ein Blitzstein? Blitzstein. Mark Blitzstein. Mark Blitzstein war ein US-amerikanischer Komponist, der antikapitalistische Gesellschaftskritik mit Scham und Komik verband. Am erfolgreichsten war er mit Musicals für die Orson-Wells-Truppe. Er trat auch mit Opern und einer englischen Fassung von Brecht Weils Drei-Groschen-Opa hervor. Äh, danke. Hi.